So, hallo. Nach etwas längerer Pause machen wir weiter mit Varioland 4. Und das letzte Mal haben wir dieses tolle Level hier gemacht. Leider fehlt noch eins von den Ecken. Ich würde sagen, die Ecke heben wir uns noch auf. Ich möchte erstmal ein paar neue Level sehen. Und ich möchte gerade jetzt versuchen, viele Videos aufzunehmen. Also jetzt genau. Oh, ich habe gerade... Das Vorsprung funktioniert gerade nicht, aber der Rest vom Controller funktioniert. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ähm, ja, es ist... So war die Steuerung. Es tut mir echt leid, aber es war nötig. Die Woche war so stressig. Aber ich finde es gut. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich finde es echt gut. Komm ich da irgendwie runter? Nope, da komme ich wahrscheinlich wieder hoch. Ich finde es echt gut, dass es so viel zu tun gibt. Die Musik ist ein bisschen laut. Kann das sein? Äh, wo war das denn hier zum Einstellen? Könnte man das hier nicht irgendwo... Jo. So. Ja, weißt du, was ich sagen wollte? Ich... Oh. Oh mein Gott. Ach ja, Arabische Nächte hieß das. Das ist das Level, ja. Oh, weia. Oh, das wird interessant. Ja, also um das nochmal zu verdeutlichen. Ich finde es... Äh, zu verdeutlichen, aber um es nochmal zu wiederholen. Ich finde es echt gut, so viel zu tun zu haben, weil man weiß dann zumindest, wofür man es macht und auch warum. Das ist irgendwie so... Oh Gott, diese Viecher. Das ist so 3000 Mal besser als... Keine Ahnung. Also nicht zu wissen, was man tun soll und rumzusitzen und... Ich weiß nicht. Also... Na super, jetzt falle ich da runter, ne? Natürlich. Und hier wäre ich wieder normal. Könnte jetzt natürlich noch weiter runter. Ach so. Oh. Okay, spätestens hier wäre ich auch wieder normal geworden. Oh, weia. Können wir nochmal Zombie werden? Er trifft jetzt nicht von da, ne? Ah, ist nicht so gut. Nee. Ob ich da irgendwie wieder... Oh. Ja gut, never mind. Na komm. Ja, dann eben so. Hui. Hui. Will ich ins Wasser. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt hier runter. Ah ja. Jetzt gehen wir natürlich baden. Sehr schön. Da haben wir eine Ecke schon mal gefunden. Aber eigentlich war da drüben ja noch... Ne, da war ja noch mehr. Ich möchte ja nochmal zurück. Hier scheint es weiter zu gehen. Ich meine, ich konnte hier ja noch überall hoch und... Stuff und Zeug. Zum Beispiel ist da ne... Ja, toll. Da ist ne Geheimröhre. Oh je. Geht das von hier aus? So nicht. Fallen die hier gleich... Ach so, ja okay. Ja, wow. Ja, wow. Das war schon spannend. Gut. Mich irritiert es, dass du die Vorspultaste nicht... Ich hatte doch hier ne Vorspultaste. Naja, egal. Was soll's. So. Gehen wir hier hoch. Ja, und dann kam zu... Zu dem ganzen... Zu dem ganzen Stress. Die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Aber ansonsten geht's wieder. Kam noch diese blöde Erkältung dazu. Das war echt keine gute Kombination alles. Aber naja, so hab ich jetzt... Sehr schön. Da ist also nichts mehr. So, hab ich jetzt den ersten Unterricht gut überstanden. Die ersten Unterrichtsversuche hab ich schon gehalten. Das lief eigentlich alles ganz gut. Bin ich auch zufrieden mit. Toc. So. Aber darum soll's jetzt nicht gehen. Ach, ich bin ja... Ich muss doch eins hören. Ich bin doch ein Doof. So. Okay. Dann will ich mal hoffen, dass ich jetzt... In dieser Session ein bisschen mehr aufnehmen kann. Wie nur... Toll. Ach, wie soll man denn... ... an solchen Knallköpfen vorbeikommen? Oh Gott. Okay. Kommst du her? Schnarrig. So. Sehr sinnvoll. Ähm, hier geht's nach oben. Oh Gott, Alter, diese Steuerung. So. Wie soll ich... Hä? Wie, wat? Das muss ich von der anderen Seite machen, wa? Ich kann ja hier von außen nicht... Nee, das haut nicht hin. Okay. Aber wofür ist denn da überhaupt ein Teppich? Vielleicht tut das... Oh, nee. Super, jetzt wollte ich... Boah. Okay, das holen wir uns mal. Das holen wir uns mal. Danke. Die Perspektive ist super komisch. Okay, ist anscheinend hier nichts zu sein. Ja, cool. Aber wenn ich jetzt hier runterknalle, dann bin ich doch wieder da unten. Ich seh doch schon kaum, dass ich jetzt wieder die Hälfte verpasst habe. Hier ist doch was. Sonst hält mir doch keiner, dass da nichts ist. Ja, Mensch. Wie, wie unerwartet. Au. Ich hab den hinter der Palme nicht gesehen. Aber jetzt... Oh Gott, welchen Weg geh ich denn? Oh, nee, Mann. Ich würde sagen, hier geht's weiter. Das heißt, wir gehen erst mal hier... Oh, Gott. Ist das dumm mit den ganzen Viechern in der Luft, weil die halt auch nicht... ...wirklich kooperativ verschwinden möchten. Gut, ich kann draufspringen. Juhu. Ach, Mann. Jetzt bleib doch mal auf dem blöden Teppich drauf. Oh. Ist das dein Scheißernst? Was ist eigentlich hier drin? Oh. Okay. Was sagt die Röhre? Ach, da kann ich nur als Fledermaus durch oder sowas? Keine Ahnung. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Hier könnte ich noch hochkommen vielleicht. Oh. Ach so. Ja, das nützt mir so nichts. Das heißt, hier mache ich aus den Gegnern... Ach so, komm mal. Moment, dann ist da drum jetzt ja auch eine. Ah, natürlich. Hier ist jetzt ja auch eine. Dann kann ich jetzt hier hoch. Und dann kann ich hier Fledermäuse draus machen. Ah. Und jetzt... ...kann ich dann hier zur Fledermaus werden. Und dann komme ich da hoch. Also kann ich hier den Schlüssel schon mal extra holen. Gut. Da-da-dam-dam-dam-dam. Oh Gott. Ins Wasser mit dir. Dankeschön. Gut. Ach, jetzt sind die alle wieder... Oh Mann. Löscht euch. Kann ich denn nicht... Oh Gott. Juhu. Also teilweise kann ich schon. Och Mann, geh doch mit mir mit. So, ich muss hier... Oh Gott. Ich raste aus mit dem Teppich-Ding, ey. Geh doch dahin, wo ich will. Wie wär's denn? Hallo? Nein! Der kommt niemals nach. Oh. Aber das andere, das andere Ding weiß ich jetzt halt echt noch nicht, wie ich rankomme. Das war ja auch hier drin. Och, rehe ich mich halt nicht auf. Kann man die irgendwie anders... Nee, man kann nur auf denen rumschweben, oder... Gott, nee, Mann. Aber guck mal, ich kann hier ja nichts machen. Und dafür bräuchte ich Anlauf. Ich mein, kann ich von hier... Hm, da irgendwie von der Ecke... Oh, nee, Mann. Irgendwie von der Ecke aus. Oh. Geht das? Ach, jetzt... Ich... Bin ich dumm, oder ist die Spielphysik einfach scheiße? Danke. Okay. Wir haben alle bis auf eins. Jetzt... Ich... Also, mein erstes Mal wird... Oh, diese Teppichdinger machen mich fertig. Also... Das ist... Danke. So, da gehen wir jetzt nicht mehr rüber. Da waren wir gerade drin. Uns fehlt noch die CD. Ein so, so Ding. Und... Ähm... Ach, geh doch nun weg. Und... was wollte ich sagen? Ähm... Ne, mehr fehlt gar nicht. Die CD und so ein Ding. Alles andere haben wir zusammen. Pfff... Das war so klar. Achso, ja, ich muss auch das aber... Oh Gott! Ich nehme jetzt mehrere Parts auf. Leider spielen wir die ganze Zeit nur ein Level. Oh, fuck! Wo ist mein Vorspülknopf? Warum... W-w-w-w-wieso funktioniert der nicht? Wo ist der? Moment... Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Optionen jetzt sind. Da. Aber das habe ich doch alles schon mal eingestellt. Und dann ging das ja eigentlich. Natürlich. Aber jetzt gerade geht es irgendwie nicht. Was soll's. Dann spielen wir halt ohne. Äh... Dings. Also hier war ja... Hier komme ich wahrscheinlich wieder hoch. Also dabei bleibe ich bei dem Gedanken. Da erzähle ich auch die CD. Da ist die CD. Ich glaube, hier komme ich irgendwie hoch. Ich kann mir gerade nichts anderes vorstellen, weil ich werde ja hier nirgendwo zum... zum Zombie. Also kann ich da auch nicht durch. Aber wartet mal kurz. Hier ist nichts derartiges. Sicher? Nö. Nö. Na gut, das würde hier auch keins reingeben. War da oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dass die Teppiche nicht einfach da bleiben können, wo sie sind, ne? Och, Mann! Da war ich drin, oder? Das war... Ach, das war der Kram. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Ach, jetzt muss ich wieder alles... Und dass die auch ständig respawnen. Ich bin gekloppt. So. Ach, Mann. Jetzt muss ich hier wieder durch. Gut, aber wir wissen ja schon, wir müssen bis nach unten kommen. Dann machen wir das halt. Dann machen wir das halt. Aber die geht nicht kaputt ohne Stampfattacke, ne? Ach, großartig. Gut. Ja, Mensch. Und... So. Das war Nummer eins. Ach, ich... Mich solche Viecher aufregen. Wie gesagt, das war Nummer eins. Jetzt weiß ich auch, wie ich da in der Mitte in das Ding reinkomme. Ach, ich... Weißt du, mal ist er am Rand hier, wie hier, und ich kann nicht runterlaufen. Mal läuft er einfach runter, weil ich davor kurz gesprungen bin. Höh. Höre dir! Ja du scheisstuch. Oh-oh. Leck mich doch. Mann. Ich sammel jetzt auch nicht den Kristall ein. Alter! Alter, geh von der scheiß Leiter weg. So, Aber hier ist ja nichts weiter. Also hier ist, glaube ich, echt nichts. Was war das? Da drücke ich auch nicht nochmal hin. Aber den Schlüssel müssen wir nochmal auch. Den Schlüssel müssen wir nochmal holen. Großartig. Ich dachte schon, es reicht nicht. So. Yay. Button mashing. Juhu. Was ist hier eigentlich? Und wofür ist hier eine Leite? Ich komme hier doch eh nur als Fledermaus hin. Wie soll ich hier als Wario hinkommen? Das verstehe ich nicht. Ich komme hier anders gar nicht hin. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nee. Da drüben ist dann gleich die blaue Statue. Das haben wir vorhin schön verkackt. Ich hab... Hier war sonst nichts weiter. Also können wir auch gleich... Komme ich da eigentlich irgendwie... Nee. Juhu. Läuft alles super. Die Viecher sind doch überhaupt nicht nervig. Zum Glück. Ich bin doch gar nicht... Oh wehe. Uh, natürlich an so einem Scheißvieh gestorben. Ja, und wie soll ich jetzt da... Ja, genau. Also hier könnte ich raus. Und da unten komme ich jetzt doch aber zu dem blauen Ding hin. Genau. Ich hoffe, ich komme noch zu... ...der... ...CD und dem letzten goldenen Ding. Aber mal gucken. Ich hab halt safe keine... Oh, okay. Gut, dass der Teppich weg ist. Oh, die sind überall, ja. Ach so, überall wo... Oh. Überall wo Pfeile sind. Okay, das sind die zwei. Aber die hier muss ich noch. Ist der Teppich wieder... Ach, der Teppich bleibt weg. Kann ich das von hier oben auch machen? Nein. Scheiße. So, wo war ungefähr der Pfeil? Ich werd's versauen. Ich wusste es. Ich wusste es. Und jetzt ist der zweite Teppich auch hinüber. Großartig. Richtig? Ja, natürlich. Toll. Ist er jetzt wieder da? Wehe, das ist keine Kiste. Scheißwee. Wobei, jetzt ist dann ja auch der vordere wieder da. Leck mich. Oh, Gott sei Dank. So, raus hier. Das Einzige, was jetzt noch interessant wäre, wäre die CD. Die kann in dem Raum nicht sein, weil wir schon wissen, wo die ist. Okay, das nehm ich trotzdem mal mit. Okay. Ja, toll, der ist... Nein, er ist noch da. Wahrscheinlich, weil ich schnell raus bin oder so. Keine Ahnung. Ja, doch. Chill. Wo war es der Pfeil? Fuck. Irgendwo hier so. Nein, das hätte gepasst. Jetzt ist er kaputt gegangen, deswegen ist er nicht mehr da. Ich weiß halt nicht, ob ich den brauche. Ja, 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 ja. Ach, voll daneben. Scheiß drauf. Ciao. Da ist die CD. Ja, keine Ahnung. Hätte ich anders rankommen können. Scheiß auf die CD. Den Rest haben wir. CD hol ich irgendwann nach. Oi, was ein blödes Löffel. Es kann ja nur besser werden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.